Unsere Geschichte beginnt in der USA am 31. Oktober an Halloween. Hey, was machen Sie in meinem Haus? Verschwinden Sie! Hast du das gerade auch gehört? Ja, lass uns da mal hingehen. Hey, lassen Sie die Frau in Ruhe. Sie sind ein Einbrecher. Ich rufe jetzt die Polizei. Nee, warte mal, ich habe eine andere Idee. Knoblauch! Puff! Ist bei Ihnen alles okay? Ja, es ist alles in Ordnung. Moment mal, habe ich das hier jetzt alles nur geträumt? Nein, das habe ich auch gesehen. Ich bin eingepl deven. Jenny. Ich bin echtest偶然. Wer bin echt come?